Willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch meine Match mit Tax Extra 2013-2014 Summenmatte. Da sind die, das Update-Set noch ungefähr ist da. Und jetzt zeige ich euch einmal das Bild, das Nicht-Check-Extra-Bild. Alle, alle Teile. Denn alle drei Augsburg, alle von Helden, alle von Braunschweig, alle von Bremen, alle von Dortmund, alle von Frankfurt, alle drei von Freiburg, von Hamburg, alle drei Hannover, alle drei von Hoffenheim, alle drei von Leverkusen, alle drei von Mainz, alle drei von Gladbach. Bei Bayern fehlt mir nur diese eine einzige Karte. Ich versuche es natürlich nicht zu bekommen, aber es wird schon nicht zu bekommen. Nürnberg alle drei, Schalke alle drei, Stuttgart alle drei, Ich versuche es für alle drei. Dann kommen die Kapitäns auch alle. Paul Verhaar-Kapitän, Fabian Lustler-Kapitän, Dennis Krupp-Kapitän, Clemens Fritz-Kapitän, Sebastian Kiel-Kapitän, Pirmin Spiegler-Kapitän, Julian Schuster-Kapitän, Raphael van der Vaart-Kapitän, Steven Scher-Dolo-Kapitän, Andreas Beck-Kapitän, Simon Rolfs-Kapitän, Nicole Sinoweski-Kapitän, Philipp Dahms-Kapitän, Philipp Lahm-Kapitän, Raphael Schäfer-Kapitän, Benedikt Höwedes-Kapitän, Christian Gentner-Kapitän, Diego Benayo-Kapitän. Denny Rupies, bin ich jetzt nur die Namen. Arjocis Milik, John-Antoni Brooks, Oran Ademi, Fegel-Kroos, Marian Saar, Lale Katlec, Alexander Schwulow, Cihai-Chi-Chin-Lam, wie er heißt, André Hoffmann, Jeremy Toljan, Ibracan, Lovus Calvius, Arminions, Pierre-Emili Hildberg, Niklas Stark, Fran Ajan, Timo Werner, Slyudan Medojevic, Danny Fanpage Rich, Fanfavorites, Sasha Mülders, Ronny, Domi Kumbela, Nils Pedersen, Marco Reus, Kevin Trapp, Mike Hanke, Raphael van der Vaart, Stefan Kiesling, Nikolai Müller, Max Kruse, Franck Ribéry, Raphael Schäfer, Fanfavorite, Kevin Prinz-Boateng, Ferdad Ibizevic und Ivica Olic, denn aus der zweiten Liga die Fanfavorites, Robert Lechleiter, Jakob Silvestre, Torsten Matuschka, Kloos, Christian Tiffert, Wobu Azazanovo, Benjamin Kirsten, Fabian Giefer, Emilio Kaplan, Niklas Fylkug, Thames Haniel, Mohamed Idrugio, Coen van der Bietzen, Patrick Helmes, Benjamin Laud, dennoch, Marje Sacklik, Fabian Boll und Radivjovanovic, dann kommen die Matchwinner im Klub 100, Enes Ben Haidt, Matchwinner, Lukas Bicek Matchwinner, Chelsea Fernandes Matchwinner, Leon Lunders Matchwinner, Tungi Modeste Matchwinner, Shidi Okazaki Matchwinner, Tandy Klub 100, Franck Ribéry, Jules Soutre Matchwinner, Max Meier Matchwinner, Ups, war das schon richtig? Das war schon, jetzt kommen noch Hedrick Helden, Robert Lewandowski, Hedrick Helden, Michel Lasoga, Hedrick Helden, Ebi, wir haben die Kaplani, Hedrick Helden, Niklas Dirk, Hedrick Helden, und das war's, und das war die Mappe von Matchtext, extra, 13, 14, 14, die ich habe, wenn es euch wieder gefallen hat, Zeckbewertungen, und bis zum nächsten Mal.